Ist es schon wieder soweit, Leute? Es ist immer West Wing. Können wir nicht mal East Wing kriegen? Leute, haben die irgendwas an Adam geändert? Warum bouncet der so? Der bouncet ja wirklich richtig. Beim Laufen? Ja, weil er Swag hat. Er vibet. Pass auf, du guckst nach rechts aus deiner Sicht, ich guck nach rechts aus meiner Sicht. Okay. Ich check erstmal alles im Moment. Also hinter dir schaust du sozusagen, Sascha? Ja, ich schaue von da, wo du gekommen bist. Ja, perfekt. Bei Jens im Main. Kommt. Okay. Ey, ich kann Adam nicht spielen, Leute. Irgendwas stimmt mit Adam nicht. Seid ihr? Das stimmt mit Hasi nicht. Main, unten. Ich bin eben im alten Bullshit-Raum mit dem früher OP-Fenster. Ah, warte. Okay. Leute, ich dachte, das ist bei euch. Ja, es war bei uns. Es ist halt im Stealth gewesen. I'm very sorry. Wenn ich die droppe, komme ich hier nicht mehr weg. Droppe sie nicht? Oh shit, shit, shit. Das ist nicht gut. Ich bin in der Palette wegen Saison Run. Hieb doch direkt auf. Hieb doch. Ja, Leute. Ich kam nicht an die Palette ran. Sie hat Groupie. Ja. Das Groupie-Pick. Scheiße. Wo ist sie? Was macht sie? Nein. Iron Grasp. Leute, das ist ein Witz, oder? Agitation, Iron Grasp. Ja. Das ist Struck. Scheiße. Mad Grid eventuell. Oder Blood Warden. Ist hinter mir her jetzt, Leute. Da schau, der muss kommen. Ich bin am Weg. Oh, scheiße. Sie geht wieder zurück. Würde ich eigentlich Hashtel auch machen. Kick den Jan unten. Oh, okay, ist das... Scheiße. Kannst du anholen, sie ist im Starve. Kannst Jenny anholen. Ich werde auf jeden Fall second stage kommen. Das ist nicht cool. Nein, das ist von mir. Sie ist links von mir im Starve. Genau da, wo sie ist. Ich komme hier nicht lang. Ich trade. Ich trade. Ich habe 30 Sekunden noch gehabt. Ach, scheiße. Fuck. Achtung, Leute. Weg, weg, Gruppi. Gruppi, Gruppi, Leute. So, können wir uns einmal wieder... Ja, können wir bitte ein bisschen ruhiger spielen, weil... Ja, wir müssen nicht sofort anholen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Sie ist halt extrem campy unterwegs. Ähm, warte mal. Ich troff den Trennl. Sie ist an mir, weil ich... Oben. Wo seid ihr? Ich bin... Sascha, droppt! Hier, hier, hier. Jenny, du kannst mich holen. Ja, ich komme. Ähm... Ich habe vertraulich. Du könntest mich theoretisch heilen hier. Sie will nicht mich, sie will Sascha. Und dann kann ich Double... Blocks machen. Gruppi ist raus. Dann geh du erst mal jetzt gleich deine Maske abmachen. Ich halte dich noch. Ich gehe wieder an Jen ran. Immer noch an mir dran. Ihr müsst callen, wo? Die Map ist sehr klein. Ähm... Auf der anderen Seite, Chuck. Du kannst dich am Totem... Achso, bist du. Main, 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 main. Wir machen Jen genau neben dem... Lauf wieder nach unten. Ist immer noch hinter mir. Ich gehe erst mal auf die andere Seite. Vorsicht. Kommt in die Mitte. Wie viele Versuche hattest du dir sind? Ich habe Starstruck abgekickt. Fucking hell. Ich habe bis jetzt nur einen. Ich werde genau in die Mitte gehangen. Jeder bekommt Starstruck ab. Ja, weil die Map zu klein ist. Das ist so beschissen, Mann. Echt. Warum kriegen wir die ganze Zeit diese... Diese Map... Ich sollte mal anfangen, Maps zu werfen. Warte mal, warte mal. Lass mal ganz kurz sterfen. Mein Jen ist da übelst weit. Bis Starstruck wenigstens weg ist. Ja, sie ist da. Sie ist beim Wun. Ich kriege nämlich den Jen. Ich habe gerade ganz kurz... Es ist hier, es ist hier. Kriegen wir Daumen hoch? Ja, ich gehe gleich Daumen hoch machen. Ich bin wieder am Jen dran. Ab. Zwei Versuche aber nur leider, Leute. Nice. Daumen ist drauf. Vielen Dank. Ihr kommt euch hinterher. Wir sind alle hier. Ich muss uns aufzahlen. Also jetzt müssen wir halt irgendwie... Oh mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie läuft mir hinterher. Ich gebe an. Mir, 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 mir. Ich mache an. Okay, stark. Ich bin jetzt unten am Jen. Ich halte das schon schnell. Sehr gut. Crazy shit. Cat, aber sowas von gerne. Super, super gerne. Mega schön, dich zu sehen. Noch so einen Tank-Jenning? Oh mein Gott. Schöner Chase. Richtig, richtig gut, Leute. Sie wird halt immer in der Mitte auch aufhängen, ne? Ja, weil sie alles damit abdeckt. Jenny, wir machen Main... Also du hast Piri, ne? Also geh dahin, wo du musst. Alles gut. Der Chase gibt gerade so viel Value. Ja, jetzt gehe ich da. Oh, ich gehe doch nicht da. Sie weiß gar nicht, was sie tun soll, ne? Das ist gut, was, äh, was ihr da jetzt gemacht. Die Sache ist halt, wenn sie Jenny down... Ich blege erst mal bei Dizzle. Ausdruck. Sie ist sauer. Ah! Bitte, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, oh mein, sie will Dizzle. Sie will Dizzle. Soll sie? Stoppeded. Keine unnötigen Hitze, kurz hier. Ich weiß nicht, sie kommt anders rum. Ja, ich mache einfach Distance jetzt. Map-Rand. Das ist gut, ich gehe zum Map-Rand. Macht unten den Gen fertig. Also ich glaube, sie chastet dich. Ja, ja, sie folgt mir, Leute. Sie folgt mir, alles cool, yo. Macht einfach den Gen fertig. Sie bekommt hier kein Starstruck. ein Kischchen. Nein? Das ist ein Main. Stark. Dann geht gleich an. Mega gut. Shit, stopp. Egal, scheiß drauf. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Shit. Leute, es ist Adam, das ist egal. Ja, aber alles, wir kriegen das schon. Weg von der Mitte. Sie kommt, sie kommt in eure Richtung. Scheiß, wir haben das doch. Du kannst es eh nicht verhindern. Die Map ist dafür zu klein. Wir kriegen es immer ab. Sie droppt mich. Alle weg. Alle auseinander, dass sie uns nicht in Starstruck abläuft. Sie campt mich, Leute. Ihr könnt den letzten Gen machen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Sie wird wollen, dass du, wir machen Gen of Night hinein, dass du an der Falle schlüpst. Deswegen kennt sie dich. Sie spekuliert jetzt drauf, dass wir das verkacken. Das gibt uns gerade massiv Zeit. Sie weiß halt, dass wir Realshörungen haben. Deswegen will sie, dass du einfach ausgutest oder was dadurch stürzt. Okay, ich habe Adrenalin. Das heißt... Das ist wichtig. Hedge wäre natürlich so nachher. Das ist... Ich bin nicht recovered, Leute. Ich gehe hier gerade einfach nur weg. Ich weiß leider nicht, wo der letzte Gen ist. Wir brauchen, genau. Wir brauchen erstmal noch einen Gen. Wie viele Survivors sind denn schon tot? Heute ist einer gestorben. Restless Mind. Wo? Ciao Deliverance. Okay, ich komme mal. Sascha? Ja, sie stand hier. Hat sie gerade gekämmt. Ja, aber das hat er doch gesagt. Ja, wir müssen... Lasst mich... Sie kennt mich, Leute. Sie ist direkt über mir. Wir haben vier Minuten Zeit, bis er ausblutet. Lass uns Jens machen. Letzter Gen of 99 noch nicht poppen. Und dann geht ihr zum Exit Gate. Oben am Badezimmer. Und ich bekomme vielleicht noch die Hedge. Genau, das wäre das richtige Play. Ja, ja, ja. Und dann scheiß auf Adam. Es spielt echt wirklich keine Rolle. Das Problem ist, ich kann leider nicht. Ich gehe zum Ausgang. Wie warst du euch jetzt? Ich verstehe dieses Play von ihr nicht, aber... Okay, stand genau beim Ob... Ich kriege jetzt rein, dass ihr zu mir gehen könnt, an dieses Exit Gate hier. Okay, und laufe einfach mal, bevor ihr die Verteilung kommt. Ganz kurz. Sascha ist am Exit. Macht es sofort auf, wenn ihr die Beine laufen sofort zum Exit? An welchen Exit, an welches Exit? Main. Main. Und... Wizzle versucht lange zu überleben. Hast du ne... Bart mal, hast du ne Palette, die du dir ins Gesicht hauen kannst, wenn Adolf wieder... Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Dann lass uns kurz noch warten. Wizzle ist ein bisschen Distance. Wir haben Zeit, wir kommen her und wir heilen dich aus. Äh, sie ist hier, aber Sascha, du musstest oben rum gehen. Ja, ja, ich geh oben. Jenny, guck zu mir. In den Main oben an der Treppe. Ja, ich bin... Wie kann man so toxisch sein? Sie hat verloren und das hat sie realisiert. Sie ist nicht toxisch. Dann, Herr Jen, dann ist Dizel, ich bin Radleib. Das ist... Also, es ist hier sehr, sehr voll. Leute, ihr könnt jetzt... Könnt... Nein, 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 wartet noch nicht. Sie hebt mich jetzt auf. Jetzt pickt sie, okay. Okay, jetzt hab ich natürlich... Hopp, den letzten Gen. Hopp, 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 hopp. Schnell, 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 Leute. An. Ich bin direkt am Gate. Ich bin mehr am Gate. Aufmachen und sofort rausgehen, Leute. Ja. Sie nutzt halt Starstruck-Value absolut überhaupt nicht aus, ne? Ne. Sie geht mir einfach hinterher, Leute. Also, raus, raus, raus. Ich halte M1 gedrückt, so hart ich kann. Okay. Stark. Das ist aber gut für uns. Ich bin am Ende noch im Exit. Und öffnen sofort raus. Raus, 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 Leute. Ich bin gleich auch raus. Komm schon, Antitus, du kleines Stück elendige Scheiße. Ah! 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 Scheiße, Leute. Geht zum Fallgerät, geht zum, ja, ja, geht zum Fallgerät. Fuck, ich hab's nicht gehört. Ja, ist Musiker auch Ultronaut. Ja. Ja. Kommt dabei, ja, ist vorbei. Schade. Aber das war das Einzige, was wir hätten machen können. Ja, das war das Einzige, was wir machen können. Ja, das war gut. Das war wirklich gut. Sie hatte wirklich gar keine Lust, irgendwie Hooks oder Kills zu machen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wickel, 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 wickel. Du kannst raus, du kannst raus. Du hast die Runds überschritten. Ja, die hat sich dann rausgetragen. Sie weiß es nicht. Sie ist klug. Ja, sie denkt, du schritten, trotz kannst du hier aber nicht. Danke, Pickerina. Holy fuck, man. Oh nein. Da hat jemand das Pick noch nicht so richtig gestritten. Ja, das war jetzt nicht so richtig. Okay. Okay. Maximale Toxicity. Ja, ich glaube, da ist... Wird auf jeden Fall belohnt. Ja, ja, da ist, glaube ich, ein bisschen Tintnis gerade im Spiel. Hätte sie dich irgendwie am Anfang des Gates gekippt, dann wärst du gestorben. Oh, ist das ein Bug? Hey, sie, es gibt eine Linie. Die darf ich nicht überschreiten. Wenn das Schwein mich aber darüber trägt... Ich habe ein Report Adam Putsch. Dann kann... Dann bin ich schon über die Linie durch. Und dann kann mein Kopf nicht mehr explodieren, Leute. Report Adam Putsch. So sieht's aus, Leute. Ich muss mir neuen Kaffee holen, das hat mich gerade... Ich muss auch, Leute, ich muss auch. Achso, wir sind doof. Pack, Leute. Das Schweinchen melde dich jetzt als Cheater. Ist so, Metallhahn. Das hat sie nicht gewusst, Leute. Das ist dein Penis. Ich weiß ja. Oh Gott.